Ich begrüße recht herzlich Großmeister Markus Raka. Gratuliere ihm zu seinem Sieg in der 8. Runde gegen Bosiocic. Wie war der Verlauf deiner Partie? Danke einmal. Die Partie war ganz interessant. Er hat mich mit der Abtauschvariante im Slawischen überrascht. Und dann habe ich die gleiche Stellung gekriegt wie bei der Olympiade gegen Morović in der 2. Runde, die ich verloren habe. Und ich habe mich auch immer ganz genau an meine Analysen erinnern können. Und bin relativ früh abgewichen, aber ich war noch immer sehr gut vorbereitet. Und habe dann ein Endspiel mit mehr Bauer erreicht. Und in dem Endspiel habe ich aber sehr gute Konversation für den Bauern. Aber trotzdem steht er eigentlich besser und kann versuchen die Partie zu gewinnen. Und am Ende der Partie hat aber dann einen groben Fehler gemacht. Und ich habe zwei Läufer für den Turm gehabt. Und dann war es chancenlos und er hat aufgegeben. Passt. Danke. Passt. Ja, Bu. Passt. oscill-Ecchio- now่ Jenkins Wacken